Hallo liebe Löwen, willkommen bei Shana Tarot. Ich möchte heute gerne Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den Winter 2024. Der Winter geht ja noch rüber in das Jahr 2025. Und um diesen Zeitraum geht es. Da schauen wir uns gerne an. Was ist deine Position? Was ist deine aktuelle Lage? Was möchtest du umsetzen? Wo liegen die Hindernisse und wo landest du dann eventuell? Ich habe hier schon ein bisschen was vorgelegt. Es folgen natürlich noch weitere Karten. Das ist hier nur für den schnelleren Einstieg. Was haben wir hier mit den Orakel-Karten? Wir haben hier verirrt. Orientierungssuche. Ja, du bist hier unsicher. Oder dein Partner ist es. Ja, vielleicht auch beruflich. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Mond Pluto. Das kann sehr unangenehm sein. Mond Pluto steht einerseits für sehr intensive Gefühle. Dass man in den Glauben verfällt, ich kann ohne den anderen nicht mehr leben. Ich brauche diesen Menschen. Ja, man kann nachts nicht schlafen ohne diesen Menschen. Man denkt die ganze Zeit an diesen Menschen. Kann aber auch zu Zwangsvorstellungen führen. Ja, dass man so zwanghaft jemanden liebt oder etwas begehrt. Zum Beispiel beruflich. Ja, ich habe ein bestimmtes berufliches Ziel. Das habe ich mir vorgenommen, das umzusetzen. Und wenn ich das nicht bekomme, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bin ich verloren. Ja, das ist sehr, sehr intensiv. Kann sehr tief gehen. Dann habe ich hier das Lernen mit der 35. Hier ist ein Lernprozess. Du möchtest, du darfst etwas lernen. Lernen. Vielleicht geht es hier wirklich um etwas Berufliches. Ja, oder mitunter um etwas Berufliches. Weil wir haben hier 6. Stäbe Erfolgskarte. Ja, eine Weiterbildung, eine Weiterqualifizierung, ein Studium. Etwas, was du dazu lernen möchtest. Oder du hast dich vielleicht auch um einen Studienplatz beworben. Und nun geht es darum, wird es klappen, wird das nicht klappen. Der Beobachtungsposten hat für mich auch etwas mit Lernen zu tun. Was ist das hier für eine Zahl? 49, Quersumme 13. Ja, Transformation. Deswegen Beobachtungsposten. Beobachte dich, beobachte deine Gefühle. Hier ist der Mond. Wir haben hier Mond Pluto. Ja, Mond Pluto ist sehr intensiv, ist sehr direkt. Und hier ist es mehr so eine Distanz. Der Fuchs steht ja für die Schleue, für den Verstand. Beobachte deine Gefühle mal aus der Entfernung. Vielleicht hilft dir das, um hier nicht so, ja, diese Schwere vielleicht auch zu spüren. Vielleicht werden hier Gefühle auch mitunter zu intensiv. Und dann ist man verirrt. Verwirrt. Ja, man ist verwirrt und denkt, ich verirre mich hier in irgendetwas. Okay. Kommen wir zum Tarot. Es startet hier mit den Liebenden. Ja, bei den Liebenden geht es um eine sehr wichtige Entscheidung, um eine sehr wichtige Verbindung. Privat wie auch beruflich. Ja, das ist eine große Arkane. Adam und Eva stehen hier. Was machst du damit? Die Mäßigkeit kann einerseits für einen Heilungsprozess stehen, dass hier auch etwas geheilt werden möchte. Durch eine bestimmte, eine besondere Verbindung. Hier geht es um einen Ausgleich, um eine Balance. Vier der Schwerter unterm Deck. Vor den vier Schwertern kommen hier drei der Schwerter, eine Verletzung. Und vier der Schwerter ist die Heilung davon. Ist eine Heilungskarte genauso wie die Mäßigkeit. Ja, dann haben wir hier mit drei der Stäbe die Aussicht auf Erfolg. Gerade hier unter den Liebenden. Ja, nach drei der Stäbe kommen vier der Stäbe. Da gründet man die Beziehung, die Partnerschaft. Dann kann man beruflich etwas Solides auf die Beine stellen, etwas etablieren. Und hier sechs der Stäbe ist der Erfolg. Das ist deine Karte. Saturn im Löwen. Ja, sich mutig zeigen. Mutig voranschreiten. Sich holen, was man möchte. Das ist auch die Eroberungskarte. So, ich kläre das jetzt mal hier mit einem weiteren Deck. So, was ist das hier mit den Liebenden für dich? Der Herrscher. Ja, der Teufel hat sich gerade schon beim Mischen gezeigt. Habt ihr gesehen? Wow. Intensive Energien. Wow. Ja, deswegen hier auch Mond-Pluto, habe ich ja vorhin erklärt. Es kann auch Teufelsenergie anzeigen. Diese Sucht. Wir gehören zusammen. Ja. Oder jemand sagt dir, Löwe, du gehörst zu mir. Besessenheit. Obsession. Oder es ist eine Verbindung, die einfach toxisch ist, ja. Weil vielleicht dein Partner Süchte hat oder Verhaltensweisen zeigt, die destruktiv sind, die dich ohnmächtig machen. Wir haben hier schon wieder mit Fiederschwerter den Hinweis auf einen Heilungsprozess. Heilung von Verletzungen. Auch der Teufel kann Verletzungen auslösen. Und hier haben wir den Herrscher. Vielleicht hast du es ja mit Widder zu tun. Ja, Sternzeichen Widder. Oder du selbst hast Widderaspekte im Horoskop. 4.4 Es geht um Heilung. Es geht darum, Kontrolle wieder zu gewinnen. Selbstbestimmt etwas zu tun, ohne in diese Teufelsenergie reingezogen zu werden, sich da rauszuhalten. Es geht um Etablierung fester Strukturen, die aber ihre Zeit benötigen. Hier könnte es auch um eine Kommunikationspause gehen, dass man eine Zeit lang nicht miteinander spricht. Oder die Kommunikation ist eingeschlafen oder die Kommunikation wurde vorsätzlich stillgelegt, weil es Verletzungen gab. Wo man dachte, okay, aus dieser Verletzung heraus will ich so nicht weitermachen. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss darüber heilen. Ja, also diese Verbindung hier ist schon sehr intensiv. Sehr stark. Der Herrscher und der Teufel sind sehr starke Energien. Das kann an einem zehren. Und deswegen hier Mond-Pluto. Gefühle der Ohnmacht auslösen. Was ist hier die Heilung? Was ist hier die Mäßigkeit? Der Betrug mit sieben der Schwerter flüchten, ausreden, keine Stellung beziehen, keine Entscheidung treffen können. Die Königin der Münzen ist auf Stabilität, die Königin der Münzen ist auf Stabilität fokussiert. Der Weg, die darauf bedacht war, hier eine stabile, feste Struktur zu errichten, sich sehr viel gekümmert hat, eingebracht hat, während der andere sich immer daraus geredet hat. Ja, also das müssen hier nicht Lügen sein, das kann hier auch Alltägliches sein. Ja, die Königin der Münzen sagt, ja, wir müssen hier die Wohnung putzen, wir müssen noch dies und das kaufen, wir wollen doch renovieren. Und der andere sagt immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich muss hier noch irgendwie was anderes machen, das Auto reparieren. Also hier ist sehr viel Unwahrheit, Schwerterenergie, hier haben wir auch Schwerterenergie. Ja, die Kommunikation, also hier bei vier der Schwerter ist die Kommunikation sehr dürftig, sehr wenig, man spricht wenig miteinander. Und bei sieben der Schwerter weicht man aus oder man lügt sich gegenseitig an oder einer lügt den anderen an. Vier der Münzen, ja, dieses Zumachen, Verschließen. Ich mache zu, ich brauche meine Sicherheiten, ich will kein Risiko eingehen. Und was sind hier die Aussichten, was sind hier die Pläne mit drei der Stäbe? Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter. Vier der Schwerter so quergekommen. Ja, na man müsste hier definitiv diese vier Stäbe haben, ja. Das ist ja die Hochzeitskarte. Vielleicht geht es bei einigen um das Thema Heiraten, Hochzeit. Feste Verbindung, feste Beziehung, festen Job, ja. Irgendein Projekt etablieren. Das sind die Pläne dazu. Die Karte ist so ein bisschen schräg gekommen. Das ist so ein bisschen holprig. Und hier der Ritter der Schwerter kann auch wieder Fluchtenergie anzeigen. Genauso wie bei sieben der Schwerter. Ich flüchte davor. Ich habe Angst davor. Möglich auch, dass hier einer Druck ausübt. Weil wir haben hier sehr viel Druck mit dem Herrscher und mit dem Teufel. Dass hier einer Druck ausübt darauf. Ja, dass es vielleicht schneller geht. Weil wir haben hier fünf der Stäbe. Das ist Durcheinander. Also ich glaube, wenn das hier zu schnell passiert, kann es hier zum Durcheinander kommen. Zu Missverständnissen, Streitigkeiten. Sechster Stäbe. Was ist das? Danach. Grad des Schicksals. Ein schicksalhafter Neuanfang. Entweder in einer bestehenden Verbindung oder eine ganz neue Partnerschaft, die hier entstehen möchte. Partnerschaft beruflich wie auch privat. Hier, schicksalhaft ist das Ganze. Hier kann es auch eine zweite Chance geben für einen Neuanfang. Ja, Rat des Schicksals kann auch eine erneute Chance anzeigen, die sehr erfolgreich verläuft. Ja, verlaufen könnte. Ja, da, hier bist du der Sieger. Ach, der Stäbe. Ist gar nicht so in der Ferne. Kann relativ schnell gehen, wenn die Beteiligten mitmachen. Wie geht es hier weiter? Was ist hier die weitere Entwicklung? Das ist hier. So schön, das Ast der Kelche kann wirklich für eine neue Liebe stehen, kann für erneute Intensität innerhalb einer bestehenden Verbindung stehen, kann für Erfüllung der Herzenswünsche stehen, beruflich wie auch privat. Hier der Magier und das Ast der Kelche. Sieht sehr gut aus. Zweidermünzen umgekehrt. Zweidermünzen ist ja auch eine Entscheidungskarte. Hier haben wir auch Entscheidungen, wo jemand flüchtet. Zweidermünzen umgekehrt hat man keine Alternativen oder das Spiel der Jonglierens ist vorbei. Man möchte hier nicht weiter rumstraucheln, rumeiern. Man möchte eigentlich eine Veränderung herbeiführen mit Sechs der Schwerter. Man will definitiv was anderes. Man will in ruhigere Gewässer, man will seine Ruhe haben, man will, dass sich alles beruhigt. Hier der Magier steht für Manifestation. Der Magier sagt, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Du hast alle vier Elemente auf dem Tisch. Überlege gut, welches Element brauchst du hier in dieser Situation. Wende es an. Und hier haben wir Fünf der Kelche zum Schluss. Ist eine Traurigkeit. Jemand ist bei diesem Prozess am Ende traurig und enttäuscht. Ja, das ist eine Verlustkarte. Fünf der Kelche. Ja, dann erkläre ich das mal. Ich fange erst mal an hier mit diesen Fünf Kelchen. Was ist hier die Traurigkeit? Was geht hier verloren? Das kann auch ein Abschied sein, ja. Oui. Die ist aber gekommen. Sehen der Münzen. König der Münzen. Das sind jetzt aber viele. Also es geht hier um einen Loslassprozess, ja. Um eine Traurigkeit, etwas auf der Gefühlsebene, was nicht funktioniert hatte. Wir haben hier eine Königin der Kelche, kann für ein Wasserzeichen stehen. Skorpion, Krebs, Fische. Ja, hier haben wir zehn der Münzen, hier haben wir neun der Münzen. Zehn der Münzen ist halt, wir sind eine Familie, ja. Wir sind eine Gruppe, eine Truppe, ein Verein. Und neun der Münzen ist, ich mache mein Ding alleine, ja. Das kann hier auch beruflich angestellt sein, kontra Selbstständigkeit sein, ja. Und ich glaube, es geht hier sehr stark um diese Königin der Kelche, die hier mit sich hadert, ja. Die herumzaudert, will ich das oder will ich, also will ich hier das Komplettpaket, will ich die Sicherheit oder will ich alleine sein? Mit sechster Schwerter und neun der Münzen sehe ich diesen Menschen ruhebedürftig und zieht sich auch manchmal zurück, braucht seine, ihre Ruhe, geht auf Distanz, entfernt sich von dem Ganzen, um hier wieder sich zu finden, um sich zu stabilisieren, ja. Weil diese zweite Münzen kann auch eine Stresskarte sein, eine Stressenergie, ja. Ich muss die ganze Zeit zwei Sachen gleichzeitig handeln, Überforderung, ja. Überforderung innerhalb dieser Struktur. Hier ist jemand überfordert mit diesen ganzen Münzen. Bei zehenden Münzen geht es auch stark um Verpflichtungen, ja. Man hat hier Absprachen miteinander, Verträge oder man ist halt, wie gesagt, eine Familie und dann hat halt jeder seinen Platz und seine Arbeit zu verrichten, damit das funktioniert, ja. Bei neun der Münzen kümmert man sich nur um eigene Bedürfnisse. Hat man so sein eigenes Konto und man gibt das Geld nur für sich aus und arrangiert auch die Freizeit, so wie man das selber haben möchte, wo man sich am meisten wohlfühlt und bei zehenden Münzen muss man sich absprechen. Und hier ist ein Konflikt mit zweitenden Münzen diesbezüglich. Dann gucke ich gleich mal hier auf diese zwei Münzen, weil hier sind die aufrecht und hier sind die umgekehrt. Was ist denn diese Unsicherheit, dieses Hin- und Hergeschaukel? Neun der Schwerter und die Liebenden. Man möchte keine Wahl treffen, man möchte sich nicht festlegen oder man hat keine Lust hier für den anderen Stress auf sich zu nehmen. Also wie meine ich das? Wenn man natürlich hier bei zehenden Münzen in so einer festen Verbindung drin ist, ja, zum Beispiel auch eine Familie gemeinsam hat, man hat hier Kinder, Haustiere, hat man auch Verantwortung. Und hier habe ich den Eindruck, dass jemand sagt, ich liebe dich zwar, ja, mit der Königin der Kirche, ich mag dich, aber ich will diese Verantwortung hier nicht haben, ich schaffe das einfach nicht, das ist mir zu viel. Also man müsste hier diese Vorteile genießen, aber gleichzeitig sagt man, ich bin gestresst, da immer wieder allen es recht zu machen, die Einkäufe zu machen, Katzenklo sauber zu machen, das Geld nach Hause zu bringen, mit dem Baby zu spielen, mit der Oma spazieren zu gehen, ist mir alles zu viel. Und hier haben wir neun der Schwerter, ist wieder eine negative Kommunikationskarte, wie auch hier sieben der Schwerter. Hier flüchtet jemand immer wieder vor der Verantwortung und das geht auch so weiter, ja, es geht so weiter. Und hier ist jemand mit neun der Schwerter sehr verzweifelt über diese Verbindung, die ja sehr schön ist im Kern, ja. Ist eine sehr schöne Verbindung, ist auch eine karmische Verbindung möglicherweise. Man ist hier sehr traurig und enttäuscht über den Verlauf. Und bei neun der Schwerter kann man auch dazu tendieren, dass man dann, ja, eine Entscheidung trifft mit dem Ass der Schwerter und sagt so, Schluss aus, ich habe jetzt genug. Vor allem, weil hier auch mit fünfter Kirche schon die Gefühlsebene angegriffen ist, ja. Man ist hier enttäuscht. Neun der Münzen, neun der Schwerter, ja. Einer will hier sein Ding alleine machen, sich rausziehen und das betrübt hier den anderen sehr stark. So, was sind hier diese sechs Schwerter? Die Herrscherin. Ritter der Münzen. Ritter der Kelche. Okay. Interessant. Also, hier haben wir noch mit fünf der Kelche diese Traurigkeit, ja. Ich bin so enttäuscht, ich bin so traurig, das passt doch alles so gut zusammen und ich habe mich doch so viel bemüht und wir kennen uns schon so lange und dies und das, ja. Es ist hier Traurigkeit. Und ich habe den Eindruck mit sechs der Schwerter, weil das ist hier der weitere Verlauf, kommt dann irgendwann ein Umdenken. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das passiert auf deiner Seite, ja, ein Umdenken und das Umdenken bringt dann sozusagen auch die nächsten Schritte, dass man erst die Gedanken dazu formt und dann später an die Handlung übergeht, dass man sich davon entfernen möchte. Die Herrscherin, das ist so, ich übernehme die Kontrolle, ich übernehme die Verantwortung, ich gehe, wie soll man das sagen, ich ermächtige mich, ja, mir das zu holen, was ich brauche, was mir zusteht, weil ich bin die Herrscherin. Interessanterweise haben wir hier auch den Herrscher, Herrscherin und Herrscher, ja, eine starke Verbindung. Das alles, was hier diese Verbindung blockiert, wirst du als Herrscherin nicht mehr akzeptieren, denke ich mal. Das ist hier die gedankliche Veränderung, ja, und dann gehst du weiter hier mit dem Ritter der Kelche in die Zukunft. Du wirst hier eine Erkenntnis gewinnen, wo du sagst, ich lasse mich davon nicht mehr zurückhalten, ich gehe hier trotzdem mutig weiter. Wohin auch immer. Hier kann auch ein neuer Mensch auftauchen mit dem Ritter der Kelche, der sehr viel Gefühl mit reinbringt in die Sache. Kann auch diese Königin der Kelche sein, ja, die sich hier endlich mal bewegt, wenn du hier mal die Grenze aufzeigst mit der Herrscherin. Aber die Herrscherin kann auch sehr gut Grenzen aufzeigen. Die Löwen auch, ne, so ist ja nicht. Okay, der Magier, was ist das hier mit dem Magier? Zwei der Schwerter. Acht der Münzen. Ja. Wir haben hier neun der Schwerter, zwei der Schwerter, ja, das sind elf der Schwerter, wäre doch eine Entscheidung, einen Cut zu machen, einen Schnitt zu machen und hier mit dem Magier neu durchzustarten. Ja, neuen Job, neuen Partner oder vielleicht kein neuer Partner, aber ausziehen, als Single leben, wie auch immer. Diese Entscheidung fällt dir schwer, ja, ist blockiert, weil du hältst hier fest, oder es ist dein Gegenüber, was hier festhält, ja, weil man sagt, wir haben doch schon acht Münzen zusammen, wir haben doch schon so viele Jahre hinter uns, vielleicht seid ihr auch acht Jahre verheiratet und man scheut sich hier, diesen Absprung zu machen. Ja, wir haben hier auch Teufelsenergie und Mond-Pluto. Wir gehören zusammen, sagt Mond-Pluto. Keiner kann uns trennen, nicht mal der Tod. Ja, und ja, also die Chance ist ja da, wenn du dich hier gedanklich bewegst, ja, in eine neue Richtung gehst und dann kannst du hier auch sehr schön manifestieren, etwas Neues aufbauen, etwas Neues in dein Leben ziehen. Doch dafür muss man auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Ich sag dir nochmal was hier, bevor meine Stimme ganz versagt. Das ist hier dieses Flüchten, sich rausziehen, Ausreden erfinden, ja, sich nicht der Verantwortung stellen, keine Entscheidung treffen können. Das bringt hier wiederum einen anderen, ja, in die Zweifel, ja, warum ist das so, liegt das an mir, was habe ich falsch gemacht, ja, Zweifel ohne Ende. Und dann landet man hier bei neun der Schwerter, in diesen schlaflosen Nächten, ja, wo man vielleicht auch weint, traurig ist, sich selbst bemitleidet, ja. Aber im Kern hat das hier mit diesen sieben der Schwertern zu tun und mit dieser Teufelsenergie, dass sich hier immer wieder jemand rauszieht. So, wo war das jetzt? Jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Hier, ne, bei den Liebenden, oder? Gott, jetzt bin ich durcheinander. Ne. Ne, bei Magier, sorry, hatte kurz einen Aufsatz, also, ja. So war das, genau. Ja, liebe Löwen. Ich bin am Ende angekommen. Ja, ich hoffe, ihr konntet hier was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und vielleicht bis bald wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.